Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem zweiten Part von Heisern-Zieg! Yeah! Es tut mir leid, dass ich beim letzten, der letzten Folge geschnitten habe, das Ende, und euch nicht verabschiedet habe. Das ist nämlich klar, ich möchte euch nicht alles verraten, wie ich wo heiße. Das war jetzt nicht böse gemeint, nur aus meiner Sicherheit, dass ich nicht so viele Anfragen bekomme. Denn ich werde auch sehr mehr LPs machen, und zwar sehr, sehr viel mehr. Oh, ich muss mich aufrichten. Oh, ich habe noch nicht gestimmt, ich habe noch nicht gestimmt, ich habe noch nicht gestimmt! Shit! Shit! Was bin ich? Ich bin nur noch. Das führt keinem auf, mein Mann. Und nach Gott, nachgucken. Ich muss mal kurz zur Laufung gehen. So, jetzt muss ich jetzt mal nachgucken, was bin ich? Ja, ich weiß. Sagen die mir, was ich bin? Nö. Was bin ich denn? Was soll das sein? Ein Quarzblock. Ja, soll ich mich irgendwo in der Erde verstecken oder was? Schick Posi. Äh, bitte keine Beleidigung. So, jetzt muss ich jetzt mal ein gutes Versteckfenzen. Da steht da noch. Hier hat... ...die hat... ...diese Person hat gerade den Server... ...geendet. Ich sag nicht, du kommst hier hoch. Bitte! Komm nicht hier hoch. Komm nicht hier hoch. Ich sag nicht, ich hab nämlich eh kein Versteck. Da ist die Wasserrutsche. Da ist die Sauna. Ach, schönes Versteck. Okay, hier versteck ich mich. Ich als Quarzblock. Warte so. So, schön gemütlich. Und so eine Enge. Na, 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 na. So schön dunkel. Ich kann auch in Lebensmüde gehen. Lebensmüde. Äh... Ach ja. Ich hab vergessen, euch noch zu sagen. Tut mir leid, dass ich so leise bin. In dummen Sprachen. Was macht der da? Aber... Ich hab noch kein Headset. Jetzt geh ich in die Sauna. Ist nicht wunderschön? Oh. Mir ist gerade ein Schwamm. Ach, wie süß. Ich möchte mich ja aber hier verstecken. Kann ich mir alles auch noch rumstecken? Okay, so. Mir ist nicht. Du schützt dich. Du schützt dich, Schwamm. Hm. Da wollte gerade jemand raus. Hahaha. Hi. Ja, hi. Aber diese Schersteck hab ich noch nie gewusst, dass es so eins gibt. Und unten ist er. Mhm. Hi, Quarz. Hi. Ich bin... Ja. So. Auch wenn er mich nicht kennt und ich ihn nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Oder so. Ich bin Quarz, er schwamm. Und ich bin es auch. Ja, hallo. Oh. Hallo, hallo, hallo. Das ist so rumspringen. Das bringt's voll. So. Ja, ich bin Quarz, Blot. Wir beide noch. Und noch. Und noch ein Schwamm. Und noch ein Schwamm. Ja. Ich möchte wieder rein, ich möchte rein, ich möchte rein. So, 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 so. So, was nennen wir, was nennen wir, was nennen wir, was nennen wir. In den Burg. Hallo, hallo. Ja, was geht's sonst? Hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. top- top. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. die Runde noch ja ich mache auch noch was war das Scheiße Scheiße Scheiße